Oh mein. Schlechte Nachrichten. Heute sind dringende Neuigkeiten eingetroffen. Bestätigt. Werder hat heute zwei Abgänge bestätigt. Die Fans bedauern es sehr. Du wirst nicht glauben. Aber bevor sie ihnen diese Neuigkeiten mitteilen, abonnieren sie den Kanal, damit sie diese Neuigkeiten nicht verpassen, denn wir werden ihnen alles darüber erzählen. Nikolaj Rapp und Jean-Manuel Mbom haben fast keine Chance, bei Werder Bremen zu bleiben, wie der Autor des Spiels betonte. Das Paar wird die Hanseaten voraussichtlich im Sommer verlassen. Rapp, der zuletzt von Werder an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen wurde, besitzt noch einen Vertrag bei den Grün-Weißen, der bis Ende Juni 2024 läuft. Die Dauer von Mboms Arbeitsrolle ist jedoch unbekannt. Hinterlassen Sie jetzt schon Ihr Like in diesem Video, denn es ist sehr wichtig, dass Sie die neuesten Werder-News, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen. Vielen Dank. Auch weiterhin. Mbom hätte weiterhin den Vorteil, auf dem rechten Flügel helfen zu können. In der Nähe des Werders wurde eine Baustelle eröffnet. Stammrechtsverteidiger Mitchell Weiser leidet immer noch an einer quälenden Muskelverletzung. Darüber hinaus ist ungewiss, wann Felix Agu den Grün-Weißen wieder zur Verfügung stehen wird. Aufgrund anhaltender Beschwerden musste sich der 23-Jährige kürzlich eine Operation an der neuesten Nachrichten zu Werder Bremen auf dem Laufenden.